Das ist eines der besten Gefühle im Fußball. Wenn du an der Seitenlinie bereit zur Einwechslung stehst und während du aufs Feld läufst, der gegnerische Trainer hat das zu seinen Spielern gesagt. Mädels, passt auf die aus, die ist richtig gut! Und du versuchst cool zu wirken, obwohl du dich innerlich voll über das Kompliment freust. Ich hab doch gesagt, ihr solltet auf sie aufpassen. Lena, du bleibst jetzt bei ihr, egal wo sie hingeht. Zur Not auch mit aufs Klo.